Lass uns unsere Schilder schlagen und die Photon-Torpedos benutzen, um die Veränderung zu verhindern! Nein, warum?! Kevin, Gott, verdammt! Every fucking time, Kevin! Have mercy on me! Juuua, Leute! Und willkommen zu South Park, der Start der Wahrheit! Mit mir, dem Stray! Ja, wir haben ihn wieder besiegt! Wunderbar! Beim letzten Mal haben wir Mission Kanada abgeschlossen, haben die Mädchen rekrutiert, welche sich uns auch anschließen. Jetzt wollten wir unseren Jungsbericht erstatten. Mir ist jedoch eingefallen, wir können noch an eine Stelle jetzt hin, wo wir auch eben hingehen werden, bevor wir hier mit der Hauptquest weitermachen. Wir nehmen dazu den Timmy-Reise-Ding da, wie auch immer das heißen mag. Und... Da haben wir, glaube ich, auch noch was gehabt. Ich war der Meinung, bei Token hatten wir auch noch was mit einer Sonne. Wir müssen nämlich gleich beim Kino... Da! Ja, ich seh's doch! Mensch! Mensch! Wunderbar! Wunderbar! Warum geht das nicht? Achso, müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Weiter K... Oh Gott, was wollte ich sagen? Komme ich gleich zu! Knappenrüstung, Perücke mit Haartolle und Holzriss Okay, cool Dafür sind wir jetzt hierher gekommen Beim Kino können wir in die Kanalisation gehen Und dort war ein großer Stein, den wir mit dem Nagasaki wegbomben können Den will ich eben noch machen Bevor es dann mit der Hauptquest weitergeht Ja, hier ist alles zerstört, das wissen wir, sieht toll aus, wunderschön Ich kriege ein Autogramm So, jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir denn Wir müssen Gott, wir müssen da ganz hin Ach du Scheiße Ich habe mich ja vor den Umweg gelaufen Naja, egal Gibt es vielleicht noch Nazi-Zombies? Hallo Katze Hallo Katze Tschüss Katze Ja, hallo Wir wollen zum Kino Meine Fresse Sind wir auch voll den Umweg gegangen Aber wir sind richtig den Umweg gegangen Och Gott Da habe ich jetzt keinen Bock den Screen zu laufen Da bin ich viel zu faul für So, achso Dann gehen wir hier runter Dann hätten wir auch von Token's Haus aus rechts lang gehen können Ich gehe solche Umwege Okay Ah, hier sind wir Oh Gott, wie war das mit dem Nagasaki nochmal Achso Ja, los Los Hast du schon in die Hose gemacht? Normal Biber Sauros So Kramhelm Okay Kramrüstung Was? Wie geil ist das denn? Kramhelm 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 Oh, das muss ich meine Das muss ich meine Standardrüstung Standardrüstung Vergleichen Nein Warte, 90 Rüstungen hinzu Krass Wie wir aussehen Wie wir aussehen Oh Gott Jetzt muss ich mal ganz kurz sehen Ähm Ablegen Ich weiß nämlich nicht, ob wir gegen den kämpfen müssen Wäre nämlich nicht so prall, wenn wir dann auf einmal so voll doof dastehen Ablegen Ich ziehe natürlich gleich wieder die Kramrüstung an Ich finde die sieht einfach viel geiler aus Tut mir also leid, wenn ich jetzt damit ein bisschen die Zeit für den Part verschwende Was? Ist der falsche Ich habe noch eben einen mit 100 gehabt Oder war der hier? Der war hier, ne? Ne, 25 Hä? Was? Nein, aber was mache ich denn? Ich werde damit nie klarkommen Ich könnte heulen, ey So, wo war denn der? 25 Hat die Kranrüstung den noch drauf, oder? Ne, hat sie nicht Wo ist denn der dann? Hä? Willst du mich rollen? Der verarscht mich gerade Das Spiel verarscht mich Wo ist der denn? Ach, pfff, leck mich doch Wir haben doch eben noch den mit 100 Rüstig gehabt Nichts soll, nix Menschen unterwerfen Na toll Jetzt kommt die auch noch an die Oberfläche, oder was? Könnte ich mir ja witzig vorstellen Krabbenmensch Zombies Mann Das kotzt mich gerade an Das kotzt mich gerade echt an Ich bin so verzweifelt Ablegen So Ändern Ablegen Was hatte ich denn an? Die Babagenhandschuhe? Ich hatte die Diebesdinge an, ne? Die Ja Die hatte ich an Ähm Ah Ohne Scheiß Wo ist der? Das regt mich gerade auf War das überhaupt was mit Rüstung jetzt? Ich glaube schon, ne? Oder war das das? Ich glaube sowas war das Ich glaube ich habe die ganze Zeit nach der Falschen gesucht Oh Gott Ist das peinlich, ey Scheiß Oh Mann, wo ist denn jetzt mein Rüstungsding? Ich war noch hier oben So, ja 130 Rüstungen, egal Ja, so können wir losgehen Wie viele Wie viele Shin-Pokémon Fehlen mir eigentlich noch? Das würde ich auch gerne mal wissen Zwei Sind die nach der Reihenfolge geordnet oder was? Ne, kann ja gar nicht Zwei Stück fehlen mir noch Okay Außer so viel Auch noch so viel Ah, wo will ich denn hin? Ein halbes Part schon wieder verschwenden Ja, schön wollen wir Freunde sein Ne Können wir Freunde auf Facebook sein Ne Arschloch So, dann Gehen wir jetzt mal Hier rüber Waffen Kürbogen Elfischer Langbogen Mönz Das sieht so doof aus So, cool Dann Starten wir jetzt mal Ich hab jetzt gedacht Wir dürfen die Piraten auch noch so rekrutieren Wie die Mädchen So ein schöner extra Quest Aber jetzt greift man direkt Clyde an Das ist ein bisschen schade Wird das ja jetzt schon die letzte Quest sein, wa? Heute sind wir nicht Elf und Menschen Heute kämpfen wir als eine Was wir hier jetzt machen wird wird auf YouTube geschrieben und singt auf YouTube für Tage zu kommen Auf YouTube Wie er recht hat Wie er einfach nur recht hat Gehen wir unsere Dungeon mit Säuren und Sorcery Lass uns unsere Schilder Und nutzen Photon-Torpedos Um zu verabschiedern zu können Nein, warum? Kevin, Gott, verdammt Every fucking time, Kevin Gott, verdammt Seriously Geil, ey Geil Genial Jetzt muss ich grad ein bisschen Reuswand, tut mir leid Dieser Anstrung, wie das einfach nur aussieht Und der Fahrer steht da an der Tür Geil Oh ne Was Kann ich dir helfen? Ach doch, kann ich Superheld Einer Freund Krabbenmensch Ähm Was bringt ein Superheld Ähm Ist das hierfür? Da wahrscheinlich Ja Nee Will ich nicht Hä? Was mach ich denn? Was? Das geht Ach so So So, hau raus Ja, kommt her Ähm, genau Wir können Können wir hier was machen? Na klar Geld, Gesundheit, Zwerbung, Macht tragen, Heilungstragen, Grobian Perücke Ah, okay Das war wohl Wir können Ich kann auch da rein Ähm Ähm Was Was Meint denn Ich will die Furzgranate Ich will die Furzgranate Das wird echt nie unlustig Geld Dicht Zähne Milchwirtschaft Gesundheitstrank Milchwirtschaft Wir nehmen trotzdem mal alles mit Ähm Looten können wir dich Geld Messerschaft Zähne Da können wir durch Wollen wir da jetzt schon durch? Ich denke mal nicht Ich bin mir nicht sicher Ähm Wir machen uns mal erstmal wieder groß Ähm Hauen uns mit der Sonde hier hoch Wir werden dich Hauen uns mal auf Du bist tot Ähm Ähm Das klärte Wie wie Hau someone Baudela Y Is Ich bin Er Ich bin Dann Ich bin Ein Beschwörung Haben wir Alle? Ja Haben wir gut falls mal bremst so auf da so hofft genau normaler angriff sollte reichen krass das christoph jeden fall zurück so die sind weg so ihr könnt reingehen mädels wir gehen durch das wichtige loch ist bestimmt noch was ja war ja klar es war ja klar ach da sind wir ok da können wir nichts machen oder was können wir nicht ach da müssen wir wahrscheinlich sogar da durch so wie ich das sehe dann machen wir das doch anders weil da ist noch eine truhe habe ich gesehen holen wir die noch oh mensch das tut mir echt leid leute so gehen wir hier rein genau was spielpfeile ne die will ich nicht haben armband mit stacheln hier gehen wir wieder raus das ist ja krank was du mit uns vorhaben das ist schon nicht mehr normal und ich würde jetzt mal sagen wir machen hier und beim nächsten mal greifen wir dann weiterhin kleid festung an und dringt weiter vor wenn man ein paar werden könnte und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin und tschü 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 tschü